Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu God of War, der mittlerweile vierten Folge und in der letzten Folge, ich weiß nicht ob ihr dabei wart, aber wenn ihr nicht dabei wart, schaltet ihr auf jeden Fall ein. Der Bosskampf war wirklich episch. Also schon lang nicht mehr so ein Bosskampf gehabt, wie hier in dem Game. Heftiger Scheiß. Heftig, Leute. Gut, Leute, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir in der vierten Folge weiter und schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Wir müssen jetzt zum Berg reisen. Ich denke mal, das wird die da oben sein oder so. Es ist jedenfalls zum Berg. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet, ob noch so krasse Bosskämpfe kommen. Ich denke mal schon, das war nur der erste und der werden bestimmt noch einige kommen. So, ich mache mal das Bildmachtgerät an, Leute. Servus. So, okay. Dann gehen wir doch mal. Ich glaube, wir müssen hier runter. Sieht auf jeden Fall so aus. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Okay, wir sind aber schon voll. Der Fremde hieß er auf jeden Fall. Über den Vorsprung laufen. Okay, gehen wir doch mal hier rüber. Wir können auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu Hause bleiben, weil der Fremde uns auch gefunden hat. Ich weiß eben nicht, wer jetzt alles schon Bescheid weiß. So, wir schauen auf jeden Fall, ob wir hier irgendwas finden noch. Da wird es denke ich mal durchgehen. Und da sieht es Aua aus. Okay. Das war kein Mensch. Wir wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Begleit mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hier kann man was einfrieren. Hier kann man was einfrieren. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Okay, hier können wir noch nichts machen. Aber hier ist auf jeden Fall mal was. Können wir hier hochklettern? Irgendwas müssen wir hier mit der Brücke machen. Okay, hier geht was? Kannst du hier unterlassen? Geh. Junge. Jawohl. Gute Idee. Jetzt komm. Oh, so, hier geht was wieder runter. Okay. Okay. So, hier geht's. Was ist das? Okay, dann können wir das im einen umgehen hier hoch Wie kommen wir hier hoch? Hier ist ein Seil Hier rüber Kommen wir da rüber? Na ja, kommen wir jetzt springen Ja, können wir jetzt springen Okay, dann wird es da hoch gehen Das sieht ein bisschen hölzern aus, wie die springen, aber Na ja Dann gehen wir hier mal hoch Äh, stopp Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt Auf jeden Fall mal ein Shortcut Okay Ja, richtig nice aus Sieh nur Komm Wir schauen nach vorne So, weiter geht's Oh, wir sind hier in der Achse oder was? Und dann mal wieder Okay, geht auch nix Gibt's aber auch nix mehr, oder? Irgendwas übersehe Nee, ich seh nix Also Wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht Schon gut Bereich entdeckt Bereich entdeckt Wildwaldgrenze Warte auf mein Zeichen Warte auf mein Zeichen Wenn die angreifen Warte auf mein Zeichen Hier gibt es wirklich viele Dringarten Oh Stopp Was ist das für mich? Gefahrenzeige, Gefahrenzeige, um Karte zu umzeigen, Gegner aus Sichtweite. Goldenezeige kann sich gegen, na, Gegner, okay. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Okay. Ich habe ein neues Wissen gefunden. Willkommen, Jötner. Die Jötner hatten hier eine Siedlung riesen, so nah an zu Hause. Aber wie lange ist das her? Okay. Wir haben bestimmt gleich riesen Treffen hier. Weiter Richtung Berg. Wir speichern mal. Verschmütter. Achso. Okay. Gezeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Tür. Ah, die hätte ich jetzt nicht gesehen. Herr Heldsberührung. Leichter Ruderangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Tammeln bringt und zurückstößt. Sie haben das Zivil für den leichten Ruderangriff jetzt erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Ruderangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Okay. Wählen Sie unter den leichten Ruderangriff Platz aus. Okay, hier. Heldsberührung. L1 plus L1 gedrückt halten. Okay. Okay, mit XP können die Runenjuwelen verbessert werden. Das Verbessern von Runenjuwelen verbessert auch Ihre Attribute. Verlicht es. Okay. Ah, okay. Verstehe ich. Machen wir das gleich mal. Coole Moose. Ah, okay. Die muss ich wieder aufladen. Verstehe ich. Okay. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Ja. Siehst du? Ich hätte genau gewusst. Hilfe! Vater, Hilfe! Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig. Bin gleich da. Oh mein Gott. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Ich rutsch. Ah. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind Sie tot? Ich meine... Noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Was ist das? 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 Was ist das?